Schlagt mit mir auf, Matthäus Kapitel 24, Vers 22. Matthäus Kapitel 24, Vers 22, ich lese vor aus Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, um meines Namens willen. Erkläre mir bitte, seit wann Juden gehasst werden, um Jesu Namen willen. Erkläre mir bitte, seit wann Juden verfolgt werden, um Jesu Namen willen. Weißt du, warum Juden verfolgt werden? Warum sie, seitdem sie Jesus abgelehnt haben, eigentlich die ganze Zeit unter Verfolgung waren? Warum? Weil niemand sie leiden kann. Und Gott kann sie auch nicht leiden. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns daran hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit, das macht sie ja so und voll ist über der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. Seit wann werden Juden um Jesu Namen willen verfolgt? Das ist bescheuert. Matthäus 24, das gilt nur für die Juden. Ich dachte, die Juden werden als Antichristen beschrieben. Wer ist der Lügner, wenn ich derweise leugne, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.